Wir werden also die Glocke um zwölf mal anschlagen, also um 0 Uhr zwölf mal anschlagen. Danach werden wir die Glocke zwölf Minuten lang das erste Mal läuten. Nach dem Läuten dann der historische Schwarzenberger Neujahrsruf des Turmers. So wie es dann morgen auch in Schwarzen bleibt, wo du früh vom Turm singest. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020